Liebe Kollegen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei FC Schönberg 95, am Sonntag um 13.30 Uhr. Heute ein Tag früher aufgrund terminlicher Verschiebung. Trainer hat Platz genommen, wird ein paar Eingangsworte sagen unter Nachrichterfragen. Ja, erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Zehn Minuten ist ein bisschen viel. Trainingseinheit war ein bisschen länger und dann gab es noch aufgrund der Geburt von Marc Stein noch Essen. Und ja, wollte ich dann nicht so kurzfristig dann weg. Ansonsten verletzte Spieler gibt es nicht weitere, Gott sei Dank. Haben alle die ganze Woche bisher mittrainiert. Sehr erfreulich. Ja, ansonsten Gegner haben wir beobachtet live zweimal. Einmal zu Hause gegen Wacker Nordhausen und bei Hertha 2. Ich denke, die Ergebnisse speziell zu Hause sind Warnung genug und auch keiner dann meinen, dass das ein Selbstläufer wird oder dass irgendwie man einfach irgendwo drei Punkte holen kann. Was erwarten Sie für den Gegner, um da gleich mal einzuschließen an der Sonntag in Schönberg? Ja, heimstark, laufstark, zweikampfstark, diszipliniert. Ich meine, gegen die zwei sind es die Favoriten, auf jeden Fall mit Favoriten. Wir haben eine Wehrkarte 3-0 und Wacker Nordhausen 3-1 und dann 6-1-Tore. Das spricht dann auch für sich und zeigt ja ganz klar, wo ihre Stärken sind, dass sie Heimschlag sind. Bei Hertha haben sie nicht so gut gespielt, aber zu Hause, wie gesagt. Die haben im ersten Spiel, das ist gut, dann weiß man nie so genau, wo wir stehen. Das haben wir ja von uns auch gesagt, aber jetzt, obwohl kurz nach der Halbzeit das 1-1 gefallen ist, haben sie sich da nicht beeindrucken lassen. Das 2-1 ist zwar ein bisschen glücklich gefallen in der Entstehung, aber das gehört ja auch dazu. Und dann mit dem Konter zum 3-1, unter dem Strich, das, wie ich das sehe und dann sehe, Verdienke. Herr Wollitz, heute ist Mittwoch, gestern war Dienstag, wie ungedreht, heute ist Donnerstag, gestern war Mittwoch, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Transferfrist ist beendet, gebt uns bitte mal einen Überblick über den aktuellen Stand, was sich vielleicht gestern Nachmittag noch getan hat oder auch nicht. Ja, leider nichts. Sonst hätten wir ja schon mitgeteilt oder würden es jetzt gerne machen. Fakt ist, dass es bis spät, bis 23 Uhr versucht worden ist, einen Spieler vom Verein zu bekommen, der unbedingt zu uns wollte. Ich habe gestern Morgen mit dem jeweiligen Manager des Vereins gesprochen und habe dann auch von der Störung, heute ist das erlaubt, also zumindest diese Störung. 10 Euro. Wir haben mit dem Spieler vorgestern Abend längere Gespräche geführt, aber letztendlich hat der, das muss man dann auch respektieren, der abgebende Verein keine Bereitschaft signalisiert, in welche Art auch immer eine Lösung hinzubekommen. Schade, aber diesbezüglich auch, wie gesagt, wichtig war für uns, dass wir da konkret und seriös auf den Verein informiert haben, dass unserer Seite Interesse besteht, aufgrund das Interesse, dass der Spieler sehr, sehr gerne zu uns wechseln möchte. Also ist das von unserer Seite absolut korrekt und mehr als seriös abgelaufen. Ansonsten in der Stürmersuche haben wir mehrere Absagen bekommen, beziehungsweise auch zwei, drei Spieler, die nicht ihre Freigabe erteilt bekommen haben, die wir unter Vertrag genommen hätten, mit der Begründung, dass es Spieler waren A, die im Training sind und wir auch schon gespielt haben. Also jetzt noch ein weiteres Risiko, einen Spieler irgendwo zu holen und in sechs, acht Wochen, weil ich brauche Ihnen nicht erzählen, dass die Erwartungshaltung enorm ist. Es gibt fast keine Geduld mehr im Fußball, Entwicklung überhaupt nicht. Alle rufen danach, aber du musst eigentlich ab vor dem ersten Spiel, auch wenn das noch nicht stattgefunden hat, musst du eigentlich schon funktionieren. Von daher war es eigentlich so, war die Marschbute, eigentlich Spieler zu bekommen, die im Rhythmus sind, im Trainingsrhythmus sind. Aber das ist uns, was die Position betrifft, dann nicht gelungen. Bei Schüter haben sie ja berichtet, haben sie mitbekommen, bei Swap wird kurzfristig eine Entscheidung gefällt, ob das wirtschaftlich möglich ist, dann glaube ich, dann würden wir das machen. Dann haben sie ja auch heute berichtet, Oberkante, Unterkante, das bestätige ich. Aber es ist nicht so, dass diese Mannschaft teuer ist. Fakt ist, dass der Verein nicht mehr Möglichkeiten hat und auf Knopf genäht ist, auf Kante genäht ist. Und deswegen auch, wir haben auch Absagen bekommen, dass nicht jeder Spieler sich damit vereinbaren konnte, nur auf Platz 1. Weil sie sagen, mit einer neuen Mannschaft ist das Risiko enorm. Die Grundgehälter sind mehr bescheiden. Und deswegen, also wie gesagt, wir sind dankbar, dass wir so eine Mannschaft zusammengestellt bekommen haben. Ich hoffe, dass der Sieg letzte Woche uns ein Stück mehr Ruhe, ein Stück mehr Selbstvertrauen und ein bisschen mehr Freude bringt, um die nächsten Aufgaben positiv anzugehen. Herr Wollitz, können Sie bestätigen, dass diese fehlenden Punktprämien, wenn nicht Platz 1 erreicht werden kann, für alle Spieler gelten? Also auch von solchen Spielern wie Mark Stein und Benjamin Förster bis hin zum Jüngsten? Ja, das schwöre ich. Und die zweite Frage, bei dem Spieler, dessen Namen Sie jetzt aus bekannten Gründen nicht nennen, handelt es sich da um Robert Koch? Nein. Nicht? Wurde nicht mit Fagel und nicht gesprochen. Kann ich auch zu 100 Prozent ausschließen. Herr Wollitz, Sie sagten, keine weiteren Verletzten. Kann ich davon ausgehen, dass zum Beispiel, also Karbstein war ja gesperrt, dass er wieder weiß und Weidlich und Putze ebenso? Haben beide komplett trainiert, die ganze Woche? Ja, bitte geht ihr auch. Stein ist seit Dienstag wieder dabei, also am Montag war ja frei für die Jungs. Ja, sind alle dabei. Also keine Verletzungen, auch im Moment aktuell. Keine Probleme, die zumindest uns überlegen lassen, einen nicht spielen lassen zu können. Ich möchte nochmal zurück auf die Transfergeschichten. Wenn man so mal im Netz die Reaktion der Fans sich anschaut, dann taucht immer so wieder eine Frage auf. Da wird gesagt, die Mannschaft, sag ich mal, die ist preiswert, die ist jung und trotzdem ist das Budget ausgereizt. Wie ist das möglich? Also ich gehe mal davon aus, wie Kompus hat für regionale Verhältnisse und ordentlich im Etat. Das hat der Verein auch so, zumindest nicht dementiert, sag ich es mal. Aber Sie haben immer wieder betont, die Mannschaft ist sehr preiswert und wie gesagt, da sind auch viele junge Spieler dabei und so der Fan fragt sich trotzdem, das Budget ist trotzdem ausgereizt. Ich weiß nicht, welches Budget der Verein nach außen transportiert hat. Welche Summe die für die Lizenzmannschaft zur Verfügung stellen. Ich muss sie nicht nennen. Entweder man glaubt mir oder man glaubt mir nicht. Wenn ich sage, dass kein Spieler ab Platz 1 eine Prämie bekommen, dann können sie sich hundertprozentig darauf verlassen. Weil dieses Risiko einzugehen, dass zwei, drei Spieler das zugestehen, das wollte ich nicht. Ich sowieso nicht. Genauso wie mit dem Berater. Da sind keine Kompromisse gemacht worden, um da auch eine Einheitslinie zu fahren. Und den Rest muss dann die Führung beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich absolut in dem Rahmen, der zur Verfügung gestellt worden ist, arbeite. Nicht einmal die Anfrage hatte, ob wir das überschreiten können. Weil das wollte ich nicht. Und wenn dann anonym irgendwo immer erzählt wird, damit beschäftige ich mich nicht. Ich beschäftige mich mit den Fakten, die dann auf der Hand liegen oder beziehungsweise in den Tatsachen. Fakt ist, dass EnergieCompus nicht mehr auf Hosen gewettet ist. Dass EnergieCompus aufpassen muss, um mein Konkurrent der nächsten Jahre zu bleiben. Und deswegen, und das wollte ich dann mit der Aktion, mit den Prämien, das ist ja von mir gekommen, mit den Beratern, das ist von mir gekommen, um den Vereinen eigentlich eine Gewährleistung zu geben, und auch sich mal vielleicht systematisch, wie das eigentlich sich gehört, im Fußball zu entwickeln und neu zu formieren und neu aufzubauen. Und es war auch der Schrei nach diesen jungen Spielern. Und wenn da mal ein junger Spieler wie Malte Kapstein vielleicht mal nicht so einen guten Tag hat, dann wird dann wieder gesagt, was wollen wir mit den jungen Spielern, also was wollen wir eigentlich? Also wollen wir eine Mannschaft entwickeln? Und ich glaube, dass die Mannschaft ein Entwicklungspotenzial hat, dass sie schon auch Reaktion zeigen kann. Siehe das Ergebnis letzte Woche. Ich glaube, sie hat fast nach zwei Jahren, dass die erste Mannschaft, die den Rückstand in einen Sieg umgewandelt hat. Also es gibt ja auch viele positive Aspekte. Aber es ist einfach schade, dass wir uns halt, oder es versucht wir weiterhin negativ, negativ das zu begleiten. Ich glaube, dass die aktuelle Mannschaft für das, wenn es dann Versäumnisse gab, aber überhaupt nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann. Und ich auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass ich Spielern nur das anbieten kann, was zur Verfügung steht und darüber hinaus nicht. Und ich da eine klare Linie fahre, wenn ich sage Platz 1, dann Platz 1. Und dann aber auch akzeptieren muss, dass ein Spieler sagt, das meint, weil es mir nicht erlauben kann. Aber das ist die Linie und deswegen kann ich morgens aufstehen. Das habe ich schon mal gesagt. Ich kann den Spiegel gucken, ich kann jeden Spieler angucken. Da wurden keine Kompromisse oder irgendwelche Sachen gemacht, die nicht verantwortlich gegenüber der Mannschaft sind. Herr Wollitz, nach dem Äußerheitssieg beim BFC, Sie sagten es eben, hat die Mannschaft seinen Schub bekommen, also ein bisschen breite Brust. Die genannten Spieler sind wieder da, die ich vorhin genannt habe, die drei. Wird es Umstellung gegeben in der Mannschaft oder sagen Sie, never change a winning team? Ja, also ich glaube schon, dass das ein oder andere verändert werden kann. Ob man das dann muss, das ist immer auch dann immer so eine Frage. Ganz oft ist es auch so, erinnern wir uns an das Spiel Red Bull Leipzig, sehr gut. Eine Woche später kein Wechsel vorgenommen, weniger gut. Manchmal so die Sinne zu stärken und nochmal zu schärfen, ist nicht schlecht. Ich glaube schon, dass wenn Kapitel zurückkommt, so wie er dann das Spiel verpasst hat, dass er dann auch zurückkommen muss. Kapstein hat das bis dahin sehr, sehr gut gemacht. In welcher Mischung wir das dann aufbauen und wie wir dann starten, das weiß ich wirklich nicht. Da haben wir auch noch drei Tage Zeit, aber weil ich möchte auch immer eine starke Bank haben, weil ich glaube schon, dass letzte Woche Joscha Putze von der Bank auch nochmal Betrieb gebracht hat und auch nochmal das Spiel ein bisschen verändert hat, hat auch mit das Tor eingeleitet, hat da eigentlich seine besten Minuten in dieser Saison gehabt. Von daher ist es wichtig, insgesamt natürlich der Start, aber auch, wie kann man das Spiel von der Bank verändern. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Insgesamt war das schon immer für mich eigentlich so ein Standpunkt, den ich vertreten habe. Aber jetzt ist er auch umso wichtiger in dieser Liga, dass man Möglichkeiten hat, ab der 60. und 65. Minute wirklich ein extremer Spiel zu verändern. Ich muss nochmal eine Frage stellen zu dem Thema, was eben gerade hier zur Sprache gekommen ist. Durch diese Absage, heute Nacht oder wann auch immer, dieses Wunschspielers, ist denn damit jetzt ein finanzieller Spielraum entstanden? Denn den hätte man ja auch in irgendeiner Form bezahlen müssen. Kann da noch was passieren? Dieses Geld wäre für einen weiteren Spieler, würde das zur Verfügung stehen. Und man arbeitet sicherlich dran, um zum Beispiel so vertragslose Spieler, denen auch noch ein bisschen hinterher zu jagen, in Anführungsstrichen? Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch gewisse Spieler, die nach wie vor so in der Warteschleife sind, warten auf das etwas Größere. Ich finde schon, dass Energie Cottbus nach wie vor ein großer Klub ist für Regionalliga, Dritte Liga. Aber wie gesagt, das Thema ist, wenn Sie einmal anfangen, mit einem Spieler einen Kompromiss zu machen, in Verhandlungen und diese Schiene und diese Linie verlieren. Es wird rauskommen, weil fast alles rauskommt. Und das Risiko gehe ich nicht. Das darf ich auch nicht geben, weil das finde ich, gegenüber meinem Arbeitgeber würde ich da einen falschen Weg einschlagen. Und speziell gegenüber Mannschaften, wo gerade, wenn du dich neu kennenlernst, extrem wichtig ist, ein Vertrauen aufzubauen. Dieses Vertrauen gehört für mich auch dazu. Und dann gilt es halt einfach, diesen Spieler davon zu überzeugen, gerade in so einer Situation so etwas mitzubegleiten. Das finde ich richtig interessant. Müssen wir gucken. Es gibt da wirklich interessante Spieler, die auch nicht irgendwo mittrainiert haben. Da müssen wir natürlich gucken, wo ist der Fitnesszustand. Das haben wir eben auch gesagt. Weil einen Spieler zu holen, ich sage nochmal, der dann auch ein halbes Jahr, dann sage ich lieber, wir warten bis zum Januar und schenken diese Mannschaft dieses Vertrauen, was wir ja sowieso machen. Daraus kann sich auch etwas Positives entwickeln. Viele Spieler werden jetzt die Möglichkeit haben, viele, viele Spiele zu machen, sich präsentieren zu können, sich richtig Selbstvertrauen zu holen. Sie haben vielleicht dann nicht, sage ich mal, diesen Konkurrenten noch im Rücken, der vielleicht, oder nicht der vielleicht, sondern den man sich vielleicht hätte gewünscht. Nur nach Wünschen geht das schon lange nicht mehr im Fußball. Es geht darum, kann ich die bezahlen? Kann ich das verantworten? Und ist das auch nachvollziehbar für die jetzige finanzielle Situation des Klubs Energiekoppels? Herr Wollitz hat gestern nach der Klub den vorläufigen letzten Neuzugang verkündet. Wird er A im Kader sein oder B vielleicht sogar eine Startformation? Kader bin ich mir sicher. Startformation bin ich mir nicht sicher. Aber er hat das heute Morgen total bestätigt, dass wir glauben, dass er uns helfen kann. Wir glauben, dass das ein Spieler ist, der A die Liga kennt, B die Erfahrung hat, der ist technisch gut. Ich glaube, dass er jetzt auch will, nicht den anderen irgendwas zu zeigen. Das ist auch ein falscher Ratgeber. Aber hier nochmal neu anzufangen mit 24 Jahren. Mit 24 Jahren hast du ein Riesenentwicklungspotenzial noch. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler. Und ich muss sagen, für das, wie es sich dann letztendlich auch entwickelt hat und entstanden ist, war der Spieler dann auch ausschlaggebend, dass das funktioniert hat. Weil da schien es am Dienstagabend eigentlich auch, dass es nicht mehr funktioniert. Weil ich hatte dann auch später abends schon eigentlich um die Null Uhr rum mit dem Kollege Gaudino gesprochen. Und da wollten sie ihn eigentlich erst gar nicht mehr abgeben. Aber der Spieler hat dann eigentlich zu seinem Wort gestanden. Und was auch für mich beeindruckend ist, dass er letzte Woche Dienstag mit dem Tor Donnerstag hier war. Donnerstagabend nach Hause gefahren ist. Und ich dann gesagt habe, dass ich mich natürlich jetzt nur mit unserem Spiel BFC beschäftige. Und dass ich dann meine Eindrücke am Wochenende natürlich dann auch mir dann durch den Kopf gehen lasse, im Team besprechen werde. Dass er am Samstag mit seiner Freundin hier hingefahren ist und hat sich alles angeguckt. Obwohl er gar nicht wusste, ob die Entscheidung viel gegeben fällt. So was, das ist das, was wir brauchen. Dass da Interesse besteht. Und was auch gut ist, dass andere Spieler, unter anderem Benjamin Förster hat ja mit ihm zusammenspielt, Alex Meyer in Hamburg, die sehr, sehr positiv über, insgesamt über Cottbus sprechen. Das sind eigentlich im Moment diese Parameter und diese Werbeträger, nenne ich das in der Mannschaft. Ja, um vielleicht den ein oder anderen Spielern kurzfristig spätestens dann im Winter für uns zu gewinnen. Dass die Stadt liebenswert ist, dass die Stadt vor allen Dingen sauber ist. Dass du hier fantastisch leben kannst. Und das Allerwichtigste für den Fußball muss ja sein, welche Bedingungen kann der Krupp stellen. Also die Trainingsbedingungen, nach wie vor, wenn Sie keinen finden, der sagt, die sind nicht gut. Mit dem Geld, da muss ich ganz ehrlich sagen, können wir nicht mithalten. Können wir nicht mithalten. Ich wundere mich, warum das nicht irgendwann dann auch mal so verstanden wird und akzeptiert. Da ist keine Taktiererei hier. Definitiv nicht. Ehrlicher als das, wie ich das hier vortrage, gibt es nicht. Und das ist zu 100 Prozent so, wie ich es dann hier vorstelle, ist es auch. Vielleicht ergänzend dann Ihre letzten Sätze. Fühlen Sie sich da auch ein wenig von der Vereinsführung bzw. der Aufsichtsrat so allein gelassen, dass man das auch mehr kommunizieren müsste, dass Energie eben nicht mehr Energie der Jahrgänge bis 12 oder 13 ist, sondern dass es jetzt einer von mehreren Regionalligisten ist und das im Moment nicht mehr geht. Nein, also ich wusste, auf was wir uns, was ich mich einlasse. Ich weiß, dass mit ein bisschen Geschick, mit ein bisschen Vertrauen, mit ein bisschen Fußballglück, auch mit der Mannschaft einiges möglich ist. Also ich habe da auch mittlerweile diese gelassene Hand, deswegen reagiere ich auch so, wie ich reagiere, relativ ruhig. Früher wäre ich sehr emotional aus der Haut gegangen. Ich kann diese wirtschaftliche Situation definitiv im Moment sowieso ich nicht, aber nicht verändern. Ich kann aber begleitend den Verein unterstützen helfen, dass ich keine Forderungen stelle, die nicht machbar sind. Der Verein hat zweimal versucht, einen Aufstieg zu schaffen und ist zweimal bitterböse hinten runtergefallen, sogar mit dem Abstieg. Und jetzt sollte man endlich, finde ich, den Weg gehen und sagen, okay, nicht nur Bescheidenheit, nicht nur Demüt, sondern das, was möglich ist, machen wir. Wenn wir es schaffen, als Mannschaft so aufzutreten wie letzte Woche, wir haben eine, also zu Hause sowieso, aber auswärts so eine Unterstützung, also wir haben immer Unterstützung, das nicht falsch verstehen, aber die war bombastisch, die war faszinierend, die war herzerfrischend, das war, also ich hatte Gänsehaut, ich hatte Schüttefrost, ich hatte unglaublich Dankbarkeit, ich konnte das dann auch nach dem Spiel gar nicht so schnell in Worte fassen, wie die Fans unterstützt haben. Und wir müssen dieses zurückgeben, dann können die Fans die neuen Sponsoren von Energiekorpus werden. Weil wenn wir das schaffen, mehrere Zuschauerstahlen zu bekommen, als kalkuliert, können wir uns daraus auch das ein oder andere finanzieren. Und deswegen ist meine Botschaft eigentlich an die Mannschaft, alles was drin ist, zu geben, in jedem Spiel das Maximale, zumindest was das Auftreten betrifft, was auch die sozialen Komponente betrifft, den Willen zu haben, alles für dieses Spiel zu tun, immer nur für dieses eine Spiel, wo jeder dann erkennt und sagt, aber eins tun die, die marschieren, die malochen, die geben nicht auf, die können Rückstände korrigieren, die können Rückstände aufholen, dann glaube ich, dass man dann darüber hinaus. Und dann glaube ich, kann sich das hier positiv neu entwickeln, weil der Anfang ist ja nach dem bitteren Abstieg gemacht worden, mit der Wir-Aktion, mit den mehreren Mitgliedern, mit den Spendenaktionen, da kann man gar nicht dankbar genug für sein, nur es wird ein harter, steiniger und ein extrem komplizierter Weg, um Energiekorpus wieder dahin zu bringen, wo der Verein eigentlich dann mit den Möglichkeiten hingehört. Also Möglichkeiten mache ich mit dem Willen, aber finanziell ist er da nicht mehr im Moment auf dem Weg, dass er auf Rosen gebettet ist. Der nächste Gegner ist relativ weit weg von Cottbus, also eine sehr lange Anreise steht bevor, hat das auch damit zu tun, der heute etwas ungewöhnliche Termin, drei Tage vor dem Spiel, dass wir uns hier treffen, geht ihr morgen schon auf Reisen oder ist alles so, dass man sagt, es soll am Fahrern Sonntag spielen? Nein, wir gehen Samstag, das haben wir gesagt, alles was über 300 Kilometer geht, das macht jeder Verein einen Tag vorher. Dieser Terminwunsch ist von der Geschäftsstelle an mir herangetreten. Schafe hat mich diese Woche gefragt, Freitag, Entschuldigung, Donnerstag, 12 Uhr oder 12.30 Uhr, habe ich gesagt, wir spielen auch Sonntag. Also die Bitte kam von der Geschäftsstelle, diesen Termin einen Tag vorzulegen, ansonsten wollen wir schon zwei Tage vor dem Spielpressekonferenz arbeiten. Das ist völlig korrekt, aber die genauen Gründe sind vereinzelt, ja, und möchten wir nicht nach außen kommunizieren. Das ist aber nichts Schlimmes. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich möchte wahrscheinlich zum letzten Mal nochmal auf das Thema Transfers und Mannschaft zu sprechen kommen. Vielleicht können Sie mal die einzelnen Mannschaftsteile nochmal kurz durchgehen. Wie sehen Sie Ihre Mannschaft da jetzt aufgestellt für die kommenden Wochen und Monate? Da kann ich insgesamt sagen, mehr als ordentlich. Also für das, dass es komplett neu ist, dass wie dann das erste Training begonnen ist, dass wir mit wenigen Leuten, dass wir dann nach und nach Spieler bekommen haben, die diesen Weg Gott sei Dank mitgehen. Wir haben letzte Woche gezeigt, dass wir Tore herausspielen können. Wir haben gezeigt, dass wir über Standardsituationen was machen können. Wir haben gezeigt, dass wir, auch wenn der eine oder andere sagt, dann, das war eine B-Mannschaft. Also eine B-Mannschaft hat Cottbus aktuell nicht. Cottbus hat 18 Spieler, die dann meistens auch im Kader sind. Natürlich gibt es bei den jüngeren Spielern das ein oder andere, was zu entwickeln ist und das ein oder andere, was zu stabilisieren ist. Das hängt aber auch damit zusammen, wir reden von Jugendfußball zum Seniorenfußball, weil es einfach körperbetonter ist, dass es auch ein Stück schneller ist. Das ist ja auch von der Logik. Wir haben aktuell drei Stürmer im Kader. Auf den Außenbahnen haben wir das ausbalanciert, dass wir mit Siegenbein noch jemanden dazugekommen haben, der die andere Seite sehr, sehr gut bespielen kann. Weidlich ist ja schon vom ersten Spieltag an dabei. Wir haben gesehen, dass wir in einer Eins-gegen-eins-Situation Tore vorbereiten können. Wir haben gesehen, dass wir das System innerhalb von zwei Tagen verändern können. Wir sind mit 4-2-3-1 angefangen. Wir haben letzte Woche 4-3-3 gespielt, auch aufgrund dessen, wer stand zur Verfügung. Wir haben gesehen, dass wir Spieler wie Jeschke und Sybora, die wir dazugenommen haben, dass wir die vertrauen können, dass sie in diesem Spiel, das ist ja das, was ich meine, wirklich alles, alles, alles geben. Und wenn dann, wie beim Gegentor, wenn ein Fehler passiert, und ein Spieler dann in der Halbzeit sagt, Entschuldigung, wir brauchen Sie nicht Entschuldigung. Fehler sind dazu da, um sie abzustellen, um Spieler dann auch damit weiterzuwirken. Da bin ich absolut zufrieden. Wir sehen einen überragenden, beziehungsweise sehr fokussierten Torwart, der in jedem Spiel sehr wachsam ist, sehr aufmerksam ist. Das ist ein unfassbarer Strafraum, wir ja schon haben. Wir sehen aber auch, dass wir unser Spiel weiterentwickeln müssen. Wir sehen, dass wir spielerisch wollen, nicht müssen, aber wir wollen zulegen. Wir wollen mehr Spielanteile haben, indem wir auch mal das Tempo verschleppen können. Aber alles auf einmal war uns klar, war nicht möglich. Deswegen tut natürlich so ein Sieg gut. Nur der Sieg macht nur dann Sinn, wenn du nachlegst. Qualität ist auch Bestätigung. Und nicht zu sagen, okay, wir müssen nicht so eine letzte Mannschaft werden, wie ist das heute, wie ist das nächste Woche. Sondern wir brauchen eine Konstante und eine Verlässlichkeit. Und das, finde ich, kann der Kader bringen, muss der Kader auch bringen, unabhängig davon. Man hat immer Vorstellungen und Wünsche. Es könnte immer optimaler, aber optimaler kann aber auch sein, dass vielleicht dann ohne eine zweite Mannschaft auch ein bisschen ein Stück Unruhe aufkommen könnte, wenn der ein oder andere vielleicht auch mal mit dem Bankplatz nicht zufrieden ist. Und dann lebt ja auch jeder Spieler anders. Das muss ja nicht immer etwas Außergewöhnliches sein, wenn einer total frustriert ist. Nur setzt er den Frust in Energie um oder setzt er den Frust in Negativität um. Also letzte Woche mit Joscha zu sprechen, dass er nicht beginnt, war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er hat das auch als richtig empfohlen. Weil der Druck, ehemaliger Verein, der Druck, in den ersten Spielen nicht gut gespielt zu haben, fand ich dann, wäre zu groß gewesen. Und deswegen musst du natürlich den Spielern das erstmal a mitteilen und b müssen die Spieler das natürlich auch verstehen. Haben Sie eigentlich noch Kontakt mit Patrick Breitkreuz? Ich habe Patrick vor drei Wochen beim Spiel BFC Dynamo gegen BHK getroffen. Das war der Kontakt, danach nicht. Er machte seine Reha in Berlin auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sie bei Hertha macht. Wir haben ja damals was gesagt, das habe ich ja dem Spieler dann mitgeteilt. Da gab es ja auch mal eine Irritation, dass der Berater gesagt hat, das lag nichts vor. Dann habe ich mit dem Berater das aber besprochen, dass ich dem Spieler gesagt habe, wenn das Interesse seiner Seite oder des Beraters sind wir sofort bereit, da was zu machen. Aktuell gibt es da keinen Stand oder keine Vorstellung auch das zu machen. Ich glaube, dann wäre auch von dem Spieler schon der Wunsch an uns herangetreten. In Aue hat das ja gleich im Frühsommer. Der Jeff hat sich ja für einen anderen entschieden. Das Verschlagen, auch jetzt durch die Verletzung natürlich. Ich wusste, dass, wenn er sich nicht verletzt hätte, dass beim Abstieg von Cottbus er auf die Liste von Aue ist. Wenn Cottbus drin geblieben wäre und Breitkürz sich nicht verletzt hätte, was ich uns, beides hätte ich uns gewünscht, erst mal für den Spieler wie für unseren Verein, dann wäre es schwierig geworden. Ich wäre nicht sicher gewesen, ob sie bereit gewesen wären, eine Ablösesumme zu bezahlen. Aber das wäre ja so eine Mobilatur. Also die Information hatte ich auch damals auch schon. Aber das ist legitim, dass Vereine an Spiele herantreten mit der Vorstellung, ob er sich vorstellen kann, zu wechseln. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Es nützt mir nicht, wenn ich mit einem Spieler spreche, der hat einen Vertrag und ich informiere den Verein nicht. Ich habe den abgeben im Verein sofort informiert. Im Rahmen meiner Tätigkeit als sportlicher Leiter oder Verantwortlicher. Ich habe da nicht als Trainer angerufen, habe das dann auch gleich gesagt, ich wollte mich nicht bewerben. Wie planen Sie denn weiter jetzt in der Innenverteidigung? Sie haben im Prinzip, das klang ja erst schon an, jetzt mit Marc Stein und Maite Karpstein, im Prinzip alle Spieler wieder zur Verfügung, die in den nächsten Wochen da sind. Philipp Knechtel fällt längerfristig aus. Kann man dazu schon was sagen, wie auf dieser Position jetzt geplant wird, wer da der Nachwürger ist? Das hat ja auch Auswirkungen auf die linke Seite. Ja, aus meiner Sicht hat ja Stein, ist klar, Innenverteidiger. Jeschke kann Innenverteidiger spielen, kann ein rechter Verteidiger spielen, hat er hier gezeigt gegen Union Berlin. Letzte Woche hat er als Innenverteidiger gespielt, kommt aus der U19 als Innenverteidiger. Karpstein kann Innenverteidiger spielen, ist eigentlich Innenverteidiger, kann linker Verteidiger spielen. Jose ist eigentlich hier angeboten worden als linke Verteidiger. Ich sehe ihn überhaupt nicht als linken Verteidiger, aber ich sehe ihn als sehr guten Innenverteidiger, sehr kopferstark, sehr zweikapstark, sehr aggressiv. Hat das nach anfänglichen, aber für mich nachvollziehbaren Minuten letzte Woche mit einer komplett eigentlich neue Vierkette. Baude auch noch rübergezogen, auf der linken Seite sehr, sehr ordentlich gemacht. Also haben wir eigentlich vier Innenverteidiger mit Stein, Karpstein, Jeschke und Matuwila. Deswegen auch das große Interesse am linken Verteidiger. Aber wir hatten das eigentlich immer im Fokus. Haben aber dann gesagt, wenn kein linker Verteidiger auf dem Markt ist, der das Spiel anders interpretiert wie Karpstein, Matuwila, dann brauchen wir den nicht holen. Dann lassen wir lieber die Spieler spielen, die wir haben. Aber wir finden schon, mit Schlüter oder dann eventuell auch mit Swab können wir das Spiel auf der linken Seite extrem verändern, was das Spiel nach vorne betrifft. Swab hat einen sehr harten Pass, hat eine überdurchschnittliche Flanke, war schon mal hier, kennt das Umfeld. Und damals hat man ihn als Zweitligist verpflichtet. Da müsste man eigentlich auch mehr als möglich in der vierten Liga spielen können. Ich kann aber jetzt nicht 100% sagen, ob wir da finanziell zusammenkommen. Da gibt es auch einen ganz klaren Rahmen. Das werde ich dann auch den Berater vorstellen. Und wenn das funktioniert, kann das kurzfristig so über die Bühne gehen. Ich glaube schon, dass es dann zumindest mal für diese Saison eine weitere Alternative ist und es auch die Situation gibt, dass wir da extrem variabel, flexibel, zumal ich Schlüter mir absolut im defensiven Mittelfeld vorstellen kann als Taktgeber von hinten heraus, weil der Fußball richtig, richtig, richtig gut ist. Richtig weiß, wie dieses Spiel geht. Deswegen ist eigentlich so diese Idee entstanden. Und Karpstein hat jetzt zweimal U19 gespielt gegen HSV 1-1. In Kiel, das konnte ich nicht sehen, 2-0 gewonnen. Aber gegen HSV hat er als Innenverteidiger ganz klar dafür gesorgt, dass die Mannschaft Stabilität hatte. Zumal ich sie eine Woche vorher gegen Hertha auch gesehen habe, ohne Karpstein. Also da sind wir eigentlich auf einem richtig guten Weg mit Karpstein. Eine Frage, noch ein ziemlich abrupter Themenwechsel hin schon zum nächsten Pokalspiel. Da gibt es Berichte, nach denen Fürstenwalde überlegt, nicht anzutreten. Fällt Ihnen dazu was ein? Ja, erstmal beschäftige ich mich absolut mit Sonntag. Dann ab Sonntag beschäftigen wir uns natürlich mit dem Pokalgegner. Das Gute ist, dass ich Union Fürstenwalde schon gesehen habe, gegen Mäusewitz live im Stadion. Ich da eigentlich viele sympathische Menschen kennenlernen durfte, sehr, sehr positiv da empfangen worden bin. Ich habe mit dem Trainer zusammengespielt bei KFC Uerling, er war der Torwart, ich war der Kapitän. Ich habe sogar freiwillig 10 Euro Eintritt in Fürstenwalde als Spielbeobachter bezahlt habe, weil sie noch nicht so weit waren. Ich habe dann einen netten Anruf gekriegt von der Geschäftsstelle, dass es nicht möglich ist, eine Freikarte, so eine Spielbeobachtskarte zur Verfügung zu stellen. Alles andere, muss ich ehrlich sagen, das kommentiere ich definitiv nicht. Also ich habe ja schon öfters das eine oder andere gerne auch mal kommentiert und meine oder unsere Sichtweise, aber da fühle ich mich jetzt nicht für verantwortlich, hier die Sichtweisen darzustellen, wie es dann eigentlich wirklich ist. Ich kann nur so viel sagen, da wird sehr, sehr viel verdreht und wird wieder mal auf den Namen von NRG Korpus, der schwarze Peter nach Korpus geschoben, der absolut hier nicht zu liegen ist oder liegen hat. Dann sind wir durch, drücken Sie den Aumen am Sonntag. Schönen Tag noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017